Nochmal sechs Stück, das heißt, ich brauche noch zwei. Und das liegt wieder am Holz. Zack. Und acht davon muss ich jetzt sticky machen, das heißt, wir holen uns mal einen Slime-Block. Dann haben wir die Pistons schon mal komplett. Neun Observer. Kobbel, Quarz, Redstone. Neun Stück. Zack, perfekt. Dann haben wir auch die Observer. Sieben Redstone-Blöcke, dafür müssen wir nochmal ganz runter in die Höhle. Aber da hätte ich gerne vorher noch Fortune. Sechs Ancient Debris. Sechs Slabs. Zwei Wände brauchen wir auf jeden Fall auch. Sechs Stück. Vier Shroomlights. Zwei Detector-Rails. Ein Sunshine, ein Notenblock. Wie geht denn ein Notenblock? Okay. Zwei Minecarts. Da kann ich ja hier von welche nehmen, das ist perfekt. So, dann jetzt als erstes erstmal runter in die Höhle und Redstone sammeln. Und erstmal wieder rüber gehen und Slimes holen. Oh, nochmal ein Magic-Block. Phew. Alright, dann pinne ich jetzt. Zwei Blöcke. T-T kann ich ja auch schon mal reintun. Da brauchen wir aber auch noch eins. Dann brauche ich jetzt erstmal noch einen Lacturn. Oh, man. T-T, warum, 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 gönnst du nicht? Ich hab dich doch noch gar nicht geschlagen. Fortune 2. Egal, das kaufen wir jetzt. So, wie viele Level brauche ich sonst hier? Sieben. Oh, das geht ja voll. Oh, nö, er hat jetzt wieder irgendwas repariert. Ach gut, dann kann ich jetzt erstmal ein paar goldene Kartoffeln kaufen. Endlich haben wir Fortune 3. Also, die Slimes zu bekommen, kann eigentlich nicht länger brauchen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal runter. So, und dann können wir jetzt auch endlich mal die Dias hier holen. So, und jetzt können wir hier mal gucken, wie viele das sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn Diererze. In einer Ader. Nice. Hier muss ich irgendwie nochmal was besseres bauen. Das kann ja nicht sein. So, 31 Dias, die kommen erstmal schön oben in die Kiste. Sieben Redstone-Blöcke. Perfekt. Da ist das zweite TNT. Eigentlich müsste ich jetzt wieder Slime holen, ne? Ja, das sieht noch nix heute aus. Druckplatte, Eisen, Redstone. Druckplatte, Eisen, Redstone. Das sind sechs Stück, ich brauche nur zwei, das ist perfekt. Dann brauchen wir noch zwei Sachen aus dem Nether. Und zwar einmal zwei Ancient Debris. Ne, eins. Eins nur noch, eins nur noch. Geil. Sponze. Ah! Juhu. Da ist es, unser Ancient Debris. Und da ist sogar noch ein Swodders. Juhu. Und dann ist tatsächlich auch schon das Einzige, was wir noch brauchen. Der Slime. Vier Shroomlights. Sechs Ancient Debris. Bis auf die Slimes haben wir jetzt alles, deswegen starten wir mal mit dem Bau. Oh. So. Und jetzt habe ich auch schon die nächste Mission. Und zwar gehen wir mal in den Nether und sammeln ein bisschen Magma. Denn früher oder später werde ich ja, wie schon... Früher oder später werde ich eine Goldfarm bauen wollen. Und das Wichtigste beim Bau einer Goldfarm ist Magma. Ein bisschen erkunden können wir jetzt natürlich auch. Fliegen wir mal ein bisschen hier längs. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Wie zum Beispiel noch eine Bastion. Dann machen wir es mal kurz wieder easy. Juhu. Sehr nice. Oh mein Gott. Das wäre fast in die Lava gefallen. Oh, da sehe ich noch eine Kiste. Oh. Und ein Pickel. Das ist suboptimal. So. Wo kommt... Ne, jetzt fährt er wieder her. Oh geil. Noch eins. Und dann erstmal wieder auf schwerstellen, dass ich keine Villager verliere. Und dann jetzt ab zum Slime. Und... Da haben wir weitere drei. Und dann gehen wir damit schon mal runter und gucken wirklich, wie weit wir kommen. Perfekt. Das ist ein guter Mond. Da sollte viel Slime spawnen. Hoffentlich. Ich bin ja voll mit Pfeilen. Hilfe. Wir sind wirklich noch nicht fertig. Nein. Vor meinen Augen, die spawnt. Frechheit. Das sind fünf Blöcke. Perfekt. Dann machen wir hier unseren Höhleneingang. Okay, wir sind daneben. Oh. Aber nicht weit daneben. Das ist gut. Weiter geht's hier hinten. So, dann packen wir das Zeug mal schnell in die Kiste und dann können wir auch schon wieder auf die Nacht warten, weil mehr haben wir tatsächlich nicht zu tun. So, dann bewege ich mich schon mal wieder rüber zum Sumpf und mache mich bereit für eine schreckliche Nacht. für die Schleimung. Oh. Oh. Drei. Drei. Let's go. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das genug ist und gehe wieder zurück. dann geht es auch schon wieder nach unten zack zack so jetzt geht es auch schon zu dem notenblog zack observer so hier ist das sandstone keine ahnung warum das unbedingt sandstone sein muss aber naja und noch einen letzten slide nein 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 was rein oh mein gott das hat gerade die ganze konstruktion gesaved hilfe 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 all right das ding ist soweit fertig aber das hier muss ich jetzt noch mal neu bauen das unser tnt das hoffentlich jetzt wirklich letzte was fliegt denn da in der luft also eine bühne jetzt ist höchste vorsicht geboten ich hoffe das zündet nicht okay gut dann muss ich das jetzt wieder so reinschieben so der piston kommt hier wieder hin und der redstone block da das ist mein block perfekt all right dann habe ich noch einen redstone block übrig und zwar muss ich den einmal hier platzieren das ist jetzt schon final stage wird es funktionieren das sieht gut aus okay dann jetzt würde ich sagen der erste test wir klicken hier es macht was es macht bumm und das sieht sehr sehr gut aus leute ich würde sagen wir haben damit erfolgreich einen tunnelbohrer gebaut mit dem wir jetzt die ganzen diamanten für unsere netherite rüstung sammeln können und ich sage mir jetzt hier noch ein paar diamanten und übrigens das video dafür ist von schalkercraft und das design ist von borkon ich hoffe man spricht das so aus das ganze müssen wir jetzt leider auf die nächste folge verschieben aber leute ich würde sagen dass wir trotzdem ein sehr erfolgreiches video das ganze ding zu bauen ist schon nicht so leicht vor allem weil es jede menge materialien braucht und ich habe auch fast drei stunden der diese fledermäuse immer 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 vor meinen bogen geflogen naja die schalker lassen wir mal hier für den ganzen loot den wir meinen und dann würde ich sagen sehe ich euch hoffentlich in der nächsten folge wieder in welcher wir ein mob switch bauen werden und und dann hier unten ein paar dias farmen werden also hoffentlich finde ich da dann mehr und dann erst mal ciao Ciao